Ja, was ist das denn? Ja. Ich bin noch gar kein Dolo. Und ich will noch kommen ins Wechsel aus. Dominik von Dolo wieder Nr. 4. Auf Altenkampf. Schöne? So kommt ihr mal. Zwiebeln auf die rechte Seite. Alter, flog weiter, man! Und wir sind 8.37er. Allein ist ausgedrängt. In gutem Reinhardtraum gewinnen. 3.0. 4.0. Wir haben noch versucht, ein Schaden aufzugehen und wir wollen nur auf der Nacht. Und 30 Jahre ein. Wie ist das? 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 Das Spiel läuft in nummer 1.80. Werner Hutzinger. Ihm gleich in der Wahl aber auch auszutenden. Incomplete. Tschüss. So, wir gehen da mal zurück auf die 38 Jahre ein. Wiederversuch für die 4.0. Die Cowboys. 4. und 5. Und das heißt wahrscheinlich das Fandting noch. Svens. Weil das sind ja keine. Und jetzt macht sich schon bereit, Luis Lee mit der Nummer 2, steht er im Beispiel Stimmen in Blue, um den Ball in den Back zu nehmen. Und da ist auch schon der Schuss gut getimt, Luis Lee den geballt, sicher auch mit schnellen Schritten, Leute, die rechte Flüge, beide wieder sattiert, und sie gleich. Und jetzt geht er zum Rolgemann an der 50 Jahre, er war aber ein guter 27, 28 Jahre intern von Luis Lee auf Seite der Senior Cardinals.